Was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir ja hunderte, tausende von einzelnen Kirchen und Konversionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem Teil 24 der Serie Was kann ich glauben? von Konfessionen und Religionen. Teil 24 geht über die charismatische Bewegung. Wir hatten ja schon verschiedene Blöcke gehabt. Wir hatten im ersten Block die Großkirchen angeschaut, im zweiten Block die Freikirchen, im dritten Block die Sekten und Religionsgemeinschaften, im vierten Block hatten wir die Weltreligionen und der fünfte Block ist jetzt Denkrichtungen und Philosophien und da hatten wir begonnen das letzte Mal mit dem Säkularismus und jetzt wollen wir uns anschauen, was die charismatische Bewegung zu sagen hat und zu lehren hat und wie das mit der Bibel zu bewerten ist. Wir wollen zu Anfang zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, dass dein Wort uns Wegweisung ist, uns Hilfe ist, dass dein Wort uns zeigt, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Hab Dank, dass wir durch dein Wort dich erkennen dürfen und die Wahrheit. Wir bitten dich, dass wir die Wahrheit jeden Tag besser erkennen möchten und dich, Herr Jesus, auch besser erkennen, weil du die Wahrheit bist. Wenn wir jetzt uns Gedanken machen über die charismatische Bewegung, dann bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns daran führt und dass wir die Wahrheit erkennen können und dass die Wahrheit uns freimachen wird. In Jesu Namen. Amen. Ja, die charismatische Bewegung. Wir haben wieder vier Teile in diesem Vortrag. Erstens die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens die Beeinstimmung mit der Bibel. Drittens Veränderungen und Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise und Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Ja, schauen wir uns das erst an, die Geschichte und die Verbreitung. Man kann die charismatische Bewegung eigentlich in sechs Teile einteilen. Sechs Wellen nennt man das auch. Vielleicht gibt es mittlerweile schon eine siebte oder eine achte Welle, ich weiß es nicht. Aber mir sind die so sechs Wellen bekannt. Die erste Welle ist die Pfingstbewegung 1907 begonnen. Da hatten wir schon mal auch einen Vortrag darüber gehabt und da aufgezeigt, was die Hintergründe waren und dass man damals um den Heiligen Geist gebetet hat in den USA. Es kam dann über Norwegen nach Deutschland und die Großkirchen haben das abgelehnt als den Geist von unten, als einen dämonischen Geist und so hat sich eine neue Kirche gegründet, die Pfingstbewegung oder Pfingstkirche. 1960 herum ist dann das Gleiche wieder passiert. Auch wieder das Hände auflegen und das Umfallen und das Zungenreden, dieses Kauderwelsch, die Glossolalie. Aber diesmal kam es auch in die großen Kirchen hinein, aber diesmal haben sie es nicht abgelehnt. Und zwar der Hintergrund war folgender, weil durch die historisch-kritische Methode, die moderne Bibelkritik, sind in diesen über 50 Jahren, ist das Verständnis über die Bibel wesentlich liberaler geworden und dadurch war die Offenheit gegenüber solchen Strömungen größer, als es noch in den ersten zehn Jahren des Jahrhunderts gewesen ist. Und dann ist seitdem diese charismatische Bewegungen in allen christlichen Kirchen. Überall hat sie sich verbreitet. Und eigentlich ist es das Gleiche wie die Pfingstbewegung, nur eben nicht konfessionell irgendwo, sondern ohne Konfession gibt es in allen Konfessionen irgendwelche Gruppierungen oder Gemeinden, die jetzt diese Art von Gottesdiensten und auch Praxis des Glaubens auch ausleben. Wir wollen uns das dann gleich ein bisschen genauer anschauen, wie das dann aussieht und was die Hintergründe sind. Drittens, die dritte Welle ist Power Evangelism. Power Evangelism ist folgendes, man hat sich überlegt, wie können wir Gottes Wort noch weiter verbreiten und vor allen Dingen auch die Evangelikalenkreise mit hineinbringen, die bis dahin noch sehr zurückhaltend waren. Und die Evangelikalen haben ja sehr stark die Evangelisation und die Mission auf ihre Fahnen geschrieben. Und so hat man gesagt, machen wir das auch. Und Power Evangelism heißt auf Deutsch eigentlich Evangelisation mit Kraft und Wundern. Und das sind dann vor allen Dingen der Reinhard Bonnke und andere, die dann, oder auch die Gemeindewachstumsbewegung, die jetzt hier auch aktiv geworden ist, uns dann viel unternommen hat. Dann gab es die vierte Welle, der Toronto-Sägen ab 1994. Da waren noch extremere Dinge dabei. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Fünftens war wir in den Velo-Krieg. Der Toronto-Sägen war schon so extrem auf der einen Seite, dass viele Charismatiker schon sagten, das kann nicht gut sein und kann nicht richtig sein. Das ist zu extrem. Und dann kam eine Gegenbewegung, die Velo-Krieg. Das werden wir im nächsten Vortrag anschauen. Dort hat man dann gesagt, wir wollen alles Übernatürliche ausblenden. Aber das Prinzip dieser charismatischen Idee ist geblieben. Und die sechste Welle ist die Emerging Church. Das ist unser übernächster Vortrag, was dort dann auch geschieht, wo sie dann auch das Evangelium den postmodernen Menschen versuchen anzupassen. Aber diese letzten beiden, Willow Creek und Emerging Church, sind genauso wie die charismatische Bewegung, sind keine Kirchen an sich, sondern das sind mehr Strömungen, Denkrichtungen. Deswegen sind sie in diesem letzten Block unserer Vorträge mit dabei. Ja, die Phänomene bei der charismatischen Bewegung, was es so einzigartig macht, ist, das ist die Geistestaufe, die Handauflegung, dass man auf den Rücken fällt, die Zungenrede und auch Wunderheilungen. Das heißt, das sind alles so Dinge, die vorher in der Christenheit oder auch bei anderen Christen weniger oder gar nicht vorkommen. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen nicht nur uns theoretisch über Gottes Wort unterhalten, sondern wir wollen es auch erleben. Und so haben sie also diese Dinge, die ja auch durchaus teilweise in der Bibel vorkommen, auf jeden Fall, diese Namen kommen vor. Aber wir hatten ja schon auch gesehen, als wir über die Pfingstler gesprochen haben, dass die Zungenrede ja keine echte biblische Gabe ist, sondern dass es ein Kauderwelsch ist, was nicht dem biblischen Befund entspricht. Die charismatische Bewegung ist jetzt in allen Konfessionen aktiv. Es gibt sie in der evangelischen Kirche, ab 1968 auch in der katholischen Kirche und natürlich auch in den ganzen Freikirchen auch mit dabei. Es gibt in allen Kirchen und Freikirchen Teile, die das nicht gut heißen und auch nicht mitmachen. Und es gibt in allen Kirchen auch Gemeinden, Ortsgemeinden, die dann auch in dieser Bewegung sich dazugehörig fühlen und das auch durchführen. Ab 1966 oder auch 68, je nachdem, wie man das rechnet, haben wir auch in der katholischen Kirche diese Phänomene. Und zwar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Dort wurde ja auch postuliert, dass man sich der Ökumene und der anderen Kirchen mehr öffnen möchte. Und das war wahrscheinlich auch mit eine Folge dessen. Aber interessant ist das Folgende. Es gab jetzt einige von den Charismatikern, die sagten, wenn wir jetzt den Heiligen Geist weitergeben. Sie glaubten mir, dass es der Heilige Geist, der dort wirkt. Und wenn wir denen jetzt weitergeben und sie vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann wird der Heilige Geist ja sie in alle Wahrheit führen. Weil es in Johannes 16 heißt, dass der Heilige Geist in alle Wahrheit führt. Und dann werden die Katholiken erkennen, denn die meisten Charismatiker sind ja eigentlich Evangelikale, die die Bibel ziemlich genau nehmen und auch ziemlich genau danach leben. Dann haben sie gesagt, dann werden die Katholiken vom Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt und dann werden sie von manchen unbiblischen Dingen wie Marienanbetung und Heiligenanrufung und dem Fegefeuer und was das alles da gibt, werden sie davon vom Heiligen Geist überzeugt werden und davon lassen. Und dann haben sie den Katholiken auch die Hände aufgelegt und dann haben sie auch diese Phänomene gehabt, wo sie glaubten, es wäre der Heilige Geist. Aber interessanterweise war, dass die Katholiken nicht von ihren falschen Lehren gelassen haben. Im Gegenteil, sie haben noch inbrünstiger zu Maria gebetet, noch inbrünstiger die Heiligen angerufen und ihre ganzen Praktiken gemacht, weil dieser Geist des Charismatischen mit der mystischen Vorstellung und auch vielen Wundern, die auch bei den Katholiken geschehen, wenn sie zu Maria beten, bei Lourdes oder so und da Wunderheilungen geschehen, dann haben sie gesagt, das ist jetzt die Gnadengabe der Heilung und haben das mit diesem Charismatischen sogar verbunden und dann haben die evangelischen Charismatiker gesagt, das verstehen wir jetzt nicht. Wenn es der Heilige Geist wäre, dann müsste er sie ja davon wegbringen. Aber im Gegenteil, was sie jetzt machen, dass sie noch intensiver sich mit diesen Dingen beschäftigen und das praktizieren. Und dann hat einer gesagt, wir wissen nicht welchen Geist wir den Katholiken gegeben haben, aber es kann unmöglich der Heilige Geist gewesen sein. Das war schon interessant, dieses Statement. Ja, nach dieser charismatischen Bewegung kam dann das Power-Evangelism, wo wir dann gesagt haben, wo sie gesagt haben, wir wollen jetzt Evangelisation mit Kraft und Wunder machen. Es gehört auch dazu, die Gemeindewachstungsbewegung von Christian Schwarz, der auch gesagt hat, hier, wir wollen die Kirchen und die Gemeinden dazu führen, dass sie wachsen. Das Fuller-Seminar in den USA war auch involviert. Uns, auch Reinhard Bonnke ist hier einer der stärksten Vertreter. Der war vor allem im Ausland unterwegs. Er hat sich als Gottes Mähdrescher verstanden. Er hat gesagt, die Zeit der Ernte mit der Sichel ist vorbei. Jetzt müssen wir die Ernte mit dem Mähdrescher einbringen. Und dann hat er Versammlungen gemacht in Afrika, wo manchmal eine Million, zwei Millionen Menschen dabei waren. Und dann haben sie dann, weil das so viele Menschen waren, konnten sie gar nicht den Redner mehr sehen vorne. Da haben sie es übertragen auf große Leinwände, haben den Heiligen Geist dort fallen lassen und dadurch die Menschen in Massen bekehrt. Das war so die, das heißt, die Richtung, die man gegangen ist. Und zwar der Hintergrund war der, dass man sagte, dass man durch übernatürliche Phänomene die Menschen bekehrt, zur Bekehrung führt. Obwohl das eigentlich auch in der Bibel niemals auch Gottes Absicht war. Auch Jesus hat immer gesagt, sag es nicht weiter. Jesus nicht wollte, dass die Menschen wegen der Wunderheilungen und wegen der übernatürlichen Dinge jetzt hier alle zu ihm kommen, sondern er wollte den Menschen helfen, die Hilfe brauchten. Und er wollte, dass die Menschen ihm folgen durch die Botschaft, die er verkündigt hat. Dass sie davon angesprochen sind und ihr Leben Gott übergeben und in ihrem Leben verändert werden. Ja, dann der Toronto-Segen, von dem wir gesprochen haben, der war dann noch extremer. Da hat man, und zwar in Toronto waren die Phänomene zuerst aufgetreten. Und zwar hysterisches Lachen, Schreien, Weinen, Brüllen, Hüpfen, Tanzen, krampfartiges Zittern und Zucken und rein weißes Umfallen. Also es war noch stärker als bei der normalen charismatischen Bewegung. Ein Vertreter von dieser Richtung ist der Benny Hinn, der auch weltweit unterwegs ist und auch da das auch überall mit verbreitet. Interessant ist übrigens auch der Gedanke, wie sie glauben, wie das funktioniert. Nämlich, wenn du diesen Toronto-Segen haben möchtest, wenn du auch diese Phänomene bei dir haben möchtest, dann kannst du nicht einfach beten und sagen, lieber Gott, gib mir das jetzt auch und dann kommt das auch, sondern du musst dort hingehen. Du musst dir selbst von den Leuten, die das haben, die Hände auflegen lassen und dann springt der Geist von denen auf dich über und dann kannst du das auch wieder anderen weitergeben. Dann kannst du das in deiner Heimatgemeinde dann auch praktizieren und dann wird das weitergehen. Das heißt also, das ist ein Verständnis, was wir in der Bibel nirgendwo haben. Da steht nirgendwo, Paulus sagt nicht, jetzt geht mal alle nach Rom oder nach Jerusalem oder nach Antiochien, damit ihr euch da einen Geist abholt, den ihr wieder zu Hause bei euch gebrauchen könnt. Nein. Das ist ein mystisches, ein magisches Verständnis von der Kraft des Heiligen Geistes, was nicht biblisch ist. Und das ist eigentlich Schamanismus. Das ist christlicher Schamanismus, weil die Schamanen so etwas auch machen, dass sie sich irgendwo Kräfte holen und auch was sie erleben, diese Wiedergeburt oder diese Geistestaufe, wie sie es nennen, da spüren sie einen Kraftstrom durch sich durchgehen und das glauben sie, das ist jetzt die Kraft des Heiligen Geistes. Aber eigentlich ist das nichts anderes als diese Transformation im New Age oder auch diese Geisterfüllung im Schamanismus, wo denn die Schamanen von übernatürlichen, dämonischen Mächten erfüllt werden und sie spüren. Ja, Velocic ist jetzt dann die andere Bewegung, wie gesagt, die die natürlichen, übernatürlichen Phänomene jetzt weggestrichen hat. Ein Vertreter ist Bill Hybels, der das Ganze auch so mit begonnen hat. Aber wie gesagt, da werden wir im nächsten Vortrag ein bisschen mehr drüber hören. Ja, Emerging Church ist dann die Anpassung an die Postmoderne. Jetzt einige Vertreter der charismatischen Bewegung, die man so kennt vielleicht in Deutschland oder auch in den USA. Also amerikanische Vertreter sind John Wimber, Joyce Meyer, die ist übrigens auch in Deutschland ja ziemlich bekannt und es gibt immer wieder viele Leute, die mich ansprechen und fragen, ja, was ist denn mit der Joyce Meyer? Gehört der denn auch dazu? Natürlich ist sie einer von der charismatischen Bewegung. Der CP Wagner und Benny Hinn, das sind Amerikaner. Dann haben wir die deutschen Vertreter Walter Heidenreich, Reinhard Bomke, Peter Wenz, Volker Spitzer, Dagmar und Erik Thun, Wolfhard Magis und den Koreaner Paul Yonggi-Ko. Natürlich gibt es noch viel mehr, aber das sind so diejenigen, die ich auch so am besten kenne und die auch so am meisten so verbreitet sind, wo man von ihnen weiß. Ja, es gibt ungefähr 600 Millionen Charismatiker weltweit und davon sind ungefähr 120 Millionen katholisch. In Deutschland haben wir ungefähr 300.000 charismatische Christen und davon sind 120.000 katholisch. Ja, die Frage ist jetzt, wo stimmen sie mit der Bibel überein und wo gibt es Abweichungen? Zum ersten Punkt der Übereinstimmungen. Natürlich, erstens haben wir den Glauben an Gott. Sie glauben auch an den Gott der Bibel. Sie haben auch die Bibel selber als Grundlage ihres Glaubens und sie glauben, dass das Gott auch wirkt und auch eingreift und natürlich die geistlichen Gaben. Sie glauben, dass es geistliche Gaben gibt, die Gott gegeben hat. Es gibt natürliche Gaben, die zu geistlichen Gaben werden. Es gibt Leitungsgaben und es gibt die übernatürlichen geistlichen Gaben. Und da haben sie sich darauf spezialisiert, das hier auch mit umziehen in die Tat umzusetzen. Obwohl natürlich die Umsetzung nicht immer dem entspricht, was die Bibel sagt. Wo haben wir Abweichungen? Erstens an ihrer Lehren. Eigentlich haben so gut wie alle Charismatiker, dass sie den Sonntag halten und auch, dass sie an die Unsterblichkeit der Seele glauben. Und ich habe festgestellt, dass diese beiden Lehren wie ein roter Faden durch sämtliche Kirchen und Freikirchen eigentlich hindurch gehen. Fast sämtliche Kirchen und Freikirchen durchgehen. Dass es zwei Irrlehren sind, die früher mal in der katholischen Kirche eingeführt worden sind, hineingekommen sind über den Hellenismus und sich so festgesetzt haben, dass es unglaublich schwierig ist, da wieder hinweg zu kommen. Drittens die Geistestaufe. Da haben wir, denke ich, Unterschiede zum Verständnis der Bibel. Viertens die Zungenrede. Und fünftens das Umfallen auf den Rücken. Schauen wir uns die Dinge im Einzelnen an. Die Sonntagsheiligung. In der Bibel haben wir nur den Sabbat als den Ruhetag, den Gott uns gegeben hat. Bei der Schöpfung hat Gott ihn uns gegeben. Beim Sinai haben wir ihn schriftlich bekommen in den Zehn Geboten. In der Mitte der Zehn Gebote, das viertes Gebot. Die Israeliten haben ihn gehalten. Jesus hat ihn gehalten. Die Urgemeinde hat ihn gehalten. Auch nach Jesu Tod ist er gehalten worden. Und in der Bibel steht nirgendwo etwas drin, dass wir den Sonntag halten sollen. Und auf der neuen Erde werden wir ihn auch halten. Und in den Zehn Geboten, die ja wichtig sind, die ja immer noch Gültigkeit haben, steht im vierten Gebot, 2. Mose 20, die Verse 8 bis 10, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Das ist ein Gebot. Das bedeutet, wer das Gebot übertritt, der sündigt. Genauso wie das Gebot, du sollst nicht töten. Wenn ich jemanden umbringe, ist das Sünde, weil ich das Gebot übertrete. Und Gott hatte gesagt, wir sollen den Sabbat halten. Und wenn jemand den Sonntag hält anstelle des Sabbats, dann ist das Sünde. Das ist nicht nur ein Angebot Gottes, wo er sagt, naja, macht das doch mal, ist doch ganz schön. Sondern Gott sagt, nein, das ist das Zeichen, dass ihr zu mir gehört. Das ist ein Gebot. Und natürlich möchte Gott uns den Sabbat geben, weil es uns gut tut. Weil er einen Segen darauf gelegt hat. Weil wir einen Vorteil dadurch haben, dass wir neu gestärkt und erfrischt werden. Dass wir Zeit haben, abzuschalten. Und Gott hat nicht nur einen von sieben Tagen gegeben. Gott hat nicht gesagt, ich gebe euch einen Ruhetag und ihr könnt euch selbst aussuchen, wann ihr ruht. Nein. Er hat den Sabbat gegeben. Den siebten Tag. Der heutige Samstag. Es ist interessant, als ich vor zwei Jahren in Jerusalem war, hat uns der Reiseleiter gesagt, dass es eigentlich in Jerusalem drei Feiertage gibt. Am Freitag sind die Moslems, die ihren Gebetstag haben und auch meistens dann nicht arbeiten. Am Sabbat, am Samstag die Juden. Und naja, Jerusalem sind ja sehr viele Juden. Und drittens die Christen, die am Sonntag ihren Feiertag haben. Aber jetzt sagt er, können wir ja natürlich nicht drei Tage in der Woche die Geschäfte zumachen. Das ist unmöglich. Und dann hat man sich überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir nur am Samstag, am Sabbat und am Sonntag die Geschäfte zu, wie auch in der westlichen Welt, dann würden die Moslems sagen, nee, das geht nicht. Und die Moslems sind sehr viele. Die sind relativ zahlreich. Also hat man gesagt, gut, wir lassen den Sonntag fallen, weil die Christen eigentlich in der Minderheit sind in Jerusalem. Und so ist es so, dass man in Jerusalem zwei Ruhetage hat. Den Freitag und den Sabbat. Und interessant ist, dass sämtliche christliche Kirchen in Jerusalem ihre Gottesdienste am Sabbat haben. Auch die katholische Kirche in Jerusalem feiert ihre Gottesdienste am Sabbat. Und am Sonntag ist nichts. Am Sonntag sind die Geschäfte auf und ein ganz normaler Wochentag. Von daher kann man sehen, es geht. Es geht, dass man den Sabbat hält. Vielleicht haben auch deswegen die Christen in Jerusalem einen besonderen Segen von Gott dabei. Gut, die Sonntagteilung war das. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis darauf. Ich hatte eben davon gesprochen, dass die evangelischen Christen gesagt hatten, als sie den Katholiken die Hand aufgelegt haben. Dass sie sagten, der Heilige Geist führt ja in alle Wahrheit. Und wenn jetzt die Katholiken den Heiligen Geist bekommen, dann wird er sie von den Ehrelehrern überzeugen und zur Wahrheit führen. Die Argumentation ist ganz richtig. Denn es stimmt auch so. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Und deswegen ist meine Argumentation an der Stelle, wenn die Charismatiker wirklich den Heiligen Geist haben, haben würden, haben sollten, dann würde doch der Heilige Geist, den sie in besonderem starkem Maße haben, natürlich alle haben den Heiligen Geist ja ein bisschen. Aber sie sagen ja, sie haben ihn besonders. Dann würde ja der Heilige Geist, den sie besonders haben, sie auch dann zur Erkenntnis der Wahrheit führen. Und wenn sie jetzt schon seit 2060, das sind ja schon 58 Jahre, wenn sie schon seit 58 Jahren beim Heiligen Geist geführt sind, warum hat der Heilige Geist ihn nicht ein einziges Mal in den 58 Jahren gesagt, guckt, hier ist der Sabbat, übertretet den Sabbat. Er führt ja in alle Wahrheit. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass hier etwas nicht stimmen kann. Das Gleiche haben wir mit der Frage der unsterblichen Seele. In 1. Mose 2, Vers 7 sagt die Bibel, wie Gott den Menschen geschaffen hat, wie er zusammengesetzt ist. Dort heißt es, da bildete der Herr, Gott der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und beließ den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist ganz wichtig, das zu erkennen, wie Gott bei der Schöpfung den Menschen zusammengesetzt hat. Erde plus Odem, das ist die unpersönliche Lebenskraft und das Ergebnis ist die Seele. Der Mensch ist eine Seele. Er hat keine Seele, er ist eine Seele. Und wenn der Mensch stirbt, geschieht also genau das Gegenteilige. Der ganze Mensch, die Seele ist da. Gott nimmt den Odem wieder weg, die Lebenskraft und zurück bleibt der Körper und der wird wieder zur Erde. Und der Mensch ist tot. Und er schläft im Grab, bis er wieder aufersteht bei der Wiederkunft Jesu oder die ungerechten zur Auferstehung des Gerichts. Ja, drittens, die Geistestaufe. Für die Charismatiker ist die Geistestaufe sozusagen eine zweite Taufe. Sie sagen, die Wassertaufe ist wichtig. Die haben sie übrigens auch. Die meisten von Ihnen, oder nicht die meisten, sondern die Freikirchlichen von Ihnen haben es. Und die Geistestaufe ist eine zweite Erfahrung, die die Christenheit unbedingt braucht. Nämlich, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Aber diese Trennung von Wassertaufe und Geistestaufe, die ist nicht biblisch. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel von der Apostelgeschichte 19, Vers 5 und 6, wo Paulus nach Ephesus kommt. Und wo er dann dort Jünger trifft, die sind getauft, aber sie haben den Heiligen Geist nicht bekommen. Und dann fragt er, warum denn nicht? Und dann sagen sie, ja, wir sind von Johannes dem Täufer getauft worden. Da muss man verstehen, dass die Taufe von Johannes dem Täufer nicht die gleiche Taufe ist wie die christliche Taufe. Johannes der Täufer hat nur getauft zur Vergebung der Sünden, eine Taufe der Buße. Und das gehört natürlich zur christlichen Taufe auch dazu. Aber die christliche Taufe hat zusätzlich noch den Empfang des Heiligen Geistes und auch die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Übrigens bei Jesus, eigentlich war Jesu Taufe die erste christliche Taufe. Er hat zwar die Taufe zur Vergebung der Sünden und zur Buße gehabt, deswegen wollte Johannes ihn auch nicht taufen, weil er sagte, du hast ja gar keine Sünde getan. Aber die Taufe war notwendig, weil Gott ihn den Heiligen Geist geben wollte bei der Taufe. Deswegen war das die erste Taufe, wo der Heilige Geist mit dabei war, wo die Taube sichtbar wurde. Und das ist eben in der christlichen Taufe nachher auch überall gewesen. Zurück zum Paulus und in Ephesus. Und dort haben die dann gesagt, ja, wir sind nur von Johannes getauft worden. Und dann sagt Paulus, gut, dann müsst ihr nochmal getauft werden, dass ihr auch den Heiligen Geist empfangt. Und dann steht hier in Versen 5 und 6, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Hier sieht man aber also auch, dass die Taufe und die Handauflegung zusammengehört, dass man sie nicht trennen kann. Dass die Wassertaufe und die Taufe mit dem Heiligen Geist zusammen ist. Paulus hätte ja auch sagen können, gut, die eine Taufe habt ihr jetzt ja schon bekommen, die Wassertaufe. Jetzt machen wir nur noch die Geistestaufe. Wir tun euch nur noch die Hand auflegen und dann ist es in Ordnung. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat sie nochmal getauft, im Wasser. Weil die Wassertaufe und der Empfang des Heiligen Geistes zusammengehört. Es gibt kein Beispiel, wo das getrennt ist in der Bibel. Das ist immer zusammen. Es gibt ein Beispiel, wo das ein bisschen zeitlich versetzt ist. Das war, als Petrus beim Cornelius war. Und zwar, da war das sogar andersrum. Da war erst der Heilige Geist, der gefallen ist, auf sie und dann kam die Taufe. Normalerweise ist es andersrum. Aber warum war das hier in dieser Reihenfolge? Weil Gott dem Petrus und auch der ganzen Gemeinde zeigen wollte, dass auch die Heiden jetzt Christen werden können. Denn zuerst sollten sie ja nur den Juden verkündigen. Die Verkündigung der Urgemeinde und der Apostel war dreieinhalb Jahre nur an das Volk der Juden. Und jetzt mussten sie verstehen, dass auch die Heiden-Mission beginnen sollte. Und deswegen hat Gott dem Petrus ja auch die Vision gegeben mit diesen unreinen Tieren da und sagt er, jetzt ist. Und dann sagt er, was Gott reingesprochen hat, sollst du nicht unrein nennen. Und das hat er natürlich auf die Menschen gemeint. Und dann hat Gott ihnen den Heiligen Geist gegeben als Zeichen, dass er sagt, die Heiden sollen jetzt auch getauft werden. Und dann hat Petrus sie getauft. Und als er dann zurückkam nach Jerusalem, haben die gesagt, was hast du denn da gemacht? Du hast die Heiden getauft. Sagt Petrus, ja. Und dann hat er ihnen das erklärt. Und wenn Gott sich zu ihnen bekannt hat durch den Heiligen Geist, hat Petrus argumentiert, dann kann ich ihnen die Taufe nicht verwehren. Deswegen war das an der Stelle andersrum. Erst der Heilige Geist und dann die Taufe. Aber wir haben immer das zusammen. Deswegen ist das Verständnis der Trennung dieser beiden Dinge nicht biblisch. Und außerdem ist es auch so, dass in der Bibel nicht steht, dass wir uns jeden Tag und überall und jedem Gottesdienst wieder die Hände auflegen sollen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Steht nicht so. Im Gegenteil, das ist eine schamanistische Form. Dort bei einem Schaman tut man sich die Hände auflegen, um Kräfte zu übertragen. Aber die Kräfte sind nicht die göttlichen Kräfte. Das sind dämonische Kräfte, die übertragen werden. Die Handauflegung ist in der Bibel immer nur einmalig. Und zwar, wir haben die Handauflegung bei der Taufe, wir haben die Handauflegung bei der Aussendung als Missionare oder bei der Wahl von Ältesten und wir haben die Handauflegung bei der Krankensalbung und wir haben die Handauflegung bei der Kindersegnung und bei der Eheschließung. Aber sonst, und das ist aber alles nur einmalig, nicht ständig in der Wiederholung. Deswegen ist auch dieses Verständnis der Handauflegung nicht biblisch. Sondern ich bin überzeugt, dass diese Handauflegung bei den Karasmatikern das gleiche ist wie bei den Schamanen. Dass es ein christlicher Schamanismus ist, der hier praktiziert wird und deswegen auch nicht der Heilige Geist übertragen wird. Und dass die Kräfte, die sie spüren, nicht von Gott und von den Engeln und vom Heiligen Geist kommen, sondern von anderen Kräften, die hier sichtbar sind. Das kann entweder auch menschlich exotisch sein oder es kann natürlich auch dämonisch sein. Hier habe ich noch eine Grafik mal aufgezeichnet und zwar der normale Zustand, der Erregungszustand der Menschen. Das dunkle Gelbe, das ist das Normale, wie man ist. Von ruhig sein bis aufgeregt sein. Das hellgelbe oben und unten, das ist dann, wenn man entweder entspannt ist, wenn man schläft oder der obere gelbe Bereich, hellgelbe Bereich ist, wenn man erregt ist, wenn man sehr aufgeregt ist. Und jetzt gibt es eben Zustände, die noch tiefer sind als der normale Schlaf, die normale Entspannung und noch höher sind als die normale Erregung. Nämlich die Trance und die Ekstase. Und diese beiden Zustände sind gefährlich. Warum? Weil in der Trance und der Ekstase der Mensch sich nicht mehr kontrollieren kann. Ich kann nicht mehr mit meinem eigenen Willen, mit meinem eigenen Verstand, was ich tue und was mit mir geschieht, kontrollieren. Deswegen sagt ja auch die Bibel, dass wir das vermeiden sollen. Bei der Frucht des Geistes heißt es, dass ein, der letzte Punkt, der neunte Punkt der Frucht ist, dass wir Selbstkontrolle haben. Und in der Trance und in der Ekstase verlieren wir die Selbstkontrolle. Deswegen sollen wir auch alle Dinge meiden, wo das verloren geht. Zum Beispiel Alkohol. Durch Alkohol verlieren wir auch die Selbstkontrolle. Und deswegen sollten wir auch Dinge vermeiden, wo wir in Trance geraten oder wo wir in die Ekstase geraten. Weil das sind auch die Punkte, wo auch die Dämonen auf den Menschen Zugang haben können, weil wir uns selbst nicht mehr kontrollieren können. Und deswegen hat auch der Schamanismus genau das praktiziert, dass sie nämlich, die Menschen versuchen, sich selbst in die Trance reinzubringen oder sich in die Ekstase reinzubringen. Und dann passieren diese unnatürlichen Dinge in ihrem Leben. Zum Beispiel die Medizinmänner, der Voodokult, die trommeln so lange, bis sie in die Ekstase kommen und dann kommen die Dämonen in sie. Oder die Indianer, die so lange meditieren und in die Trance sich versetzen. Und jetzt ist es bei den Charismatikern auch so, dass sie sich selbst in eine gewisse Ekstase hineinsteigern, bis irgendein Punkt überschritten ist. Und dann kommen diese Phänomene, die man da mit dem Kauderwelsch und mit diesen Umfallen usw. dann auch sieht. Aber das ist nicht biblisch, sondern das ist christlicher Schamanismus. Ja, die Zungenrede. Die Zungenrede ist biblisch betrachtet eine Sprachengabe. Dieses Kauderwelsch, was die Charismatiker sprechen, ist keine biblische geistliche Gabe. Und zwar, man muss immer die schwierigen Texte mit den Leichten erklären. Und die eindeutigen leichten Texte sind hier zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 4, wo der Heilige Geist bei Pfingsten ausgegossen worden ist. Und dann steht dort, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Das heißt, der Heilige Geist hat ihnen auf ihren Zungen das Wunder gemacht, dass sie die Sprachen sprechen konnten, die sie nicht gelernt hatten. Das waren also echte Sprachen. Also diese Sprachengabe hat das Ziel, dass das Evangelium in anderen Sprachen weitergegeben werden kann, die, wo ich die Sprache nicht kann, damit diese Sprachbarrieren überwunden werden. Wie beim Turmbau zu Babel damals ja die Sprachen Gott geschickt hat, um die Menschen auseinander zu bringen, so kann Gott das auch wieder rückgängig machen bei der Sprachengabe, um die Menschen wieder zusammenzubringen. Und dieses Kauderwelsch bei den Charismatikern ist genau das Gegenteil. Hier werden wieder Sprachbarrieren künstlich gesetzt, die eigentlich gar nicht da sind. Und dieses Kauderwelsch ist keine Sprache, weder eine himmlische noch eine irdische Sprache. Das ist einfach nur Silben, die man aneinander reiht, die keinen Sinn ergeben. Deswegen die Zungenrede kommt vor, kommt eigentlich ursprünglich aus dem Okkultismus, aus dem Schamanismus. Das finden wir beim Buddhismus, Hinduismus, bei den Juden und auch bei den Moslems. Dort finden wir auch bei all diesen schwärmerischen Abteilungen dieser Religionen, finden wir überall dieses Zungenreden, dieses Kauderwelsch auch. Aber in der Bibel finden wir es nicht. Ja, fünftens, das Umfallen auf den Rücken. Wenn in der Bibel Gläubige umfallen, dann fallen sie immer auf ihr Angesicht, um Gott anzubeten, um Gott zu verehren. Das Fallen auf den Rücken ist ein Kennzeichen für die falschen Propheten. Hier finden wir einen Text in Jesaja 28, Vers 13. Und dort heißt es, darum wird auch für sie das Wort des Herrn ergehen, Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. Hier ein wenig, da ein wenig. Dass sie hingehen und rücklinks fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Hier haben wir übrigens zwei Merkmale der Charismatiker drin, auf die falschen Propheten bezogen. Erstens, dieses Kauderwelsch ist hier nachgemacht, dieses Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. Hier stehen im Hebräischen auch Buchstaben und Worte, die keinen Sinn ergeben. Einige Übersetzungen versuchen jetzt irgendwie da Sinn reinzulegen und zu übersetzen, aber das kann man nicht. Man kann nichts übersetzen, was keinen Sinn ergibt. Deswegen hat Luther das übersetzt, hat versucht, dieses Lallen, dieses Kauderwelsch hier auch nachzumachen, jetzt in der deutschen Sprache. Und das Zweite, dass sie rücklingsfallen. Das rücklingsfallen ist hier ein Zeichen, dass sie verstrickt und gefangen sind, dass sie falsch liegen, dass sie auf dem falschen Gleis sind. Das ist ein Urteil Gottes über sie. Das bedeutet, dass dieses auf den Rückenfallen nicht biblisch ist. Ja, wir haben hier sechstens eine falsche Ausgiftung des Heiligen Geistes. Und zwar in Offenbarung 13, Verse 13 und 14, wird Folgendes beschrieben. Und es wird große Zeichen, dass es, damit ist das Tier aus der Erde gemeint, das zweite Tier, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt die, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihr Macht gegeben ist. Hier wird beschrieben, dass eine bestimmte Macht, ein Tier ist eine bestimmte Macht, Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt. Und Feuer ist jetzt nicht wörtlich gemeint, sondern das ist ein Symbol. Feuer ist Symbol für den Heiligen Geist. Bei Pfingsten kam der Heilige Geist in Form von Feuerzungen und hat sich auf jeden von ihnen gesetzt. Hier steht ja auch, dass dieses Tier die Menschen verführt durch die Zeichen und durch das Feuer. Wir wissen, dass Gott für die letzte Zeit nochmal vorausgesagt hat, dass nochmal der Heilige Geist in besonderem starkem Maße wirken wird im Spätregen. Joel 3, Verse 1 bis 4. Dass das Spätregen kommen wird, bevor Jesus wiederkommt. Und dass der Heilige Geist die Menschen erfüllt und dass nochmal die Menschen auch Träume und Visionen haben und so weiter. Aber bevor das geschieht, wird Satan das nachmachen, das vortäuschen, was hier beschrieben ist. Und ich denke, dass sich genau das erfüllt hat in der charismatischen Bewegung. Dass die Menschen hier glauben, Gott wirkt, aber es ist das Wirken eines anderen Geistes. Es ist das Wirken der Kraft von unten. Ich denke, dass die barme Erklärung, die wir beim letzten Mal gesehen haben, als wir die Pfingstler besprochen haben, dass die das genau erkannt hat, dass hier ein Geist wirkt, der nicht Gottesgeist ist. Gut, der letzte Punkt, die Hinweise. Welche Schlussfolgerungen können wir ziehen? Erstens, wir sollten die Bibel lesen. Alles, was geschieht, sollten wir in der Bibel prüfen. Wir können nicht sagen, hier haben wir jetzt Dinge, die wir erleben und jetzt müssen wir gucken, wie können wir es biblisch erklären. Nein. Selbst wenn es noch so große Dinge passieren und noch so gefühlsmäßig oder auch so, dass andere Christen da begeistert von sind, wir müssen alles, was geschieht, in der Bibel prüfen. Wir müssen nicht die Bibel nach unserem Erlebnis ausrichten, sondern unsere Erlebnisse nach der Bibel. Es ist das Gleiche, wie wenn Tote erscheinen. Es gibt manche, die sagen, ja, da sind jetzt die Toten erschienen und die müssen ja wissen, was Wahrheit ist, weil die ja bei Gott waren. Aber nein, wenn die Bibel sagt, die Toten sind tot, dann sind die Toten, die erscheinen nicht die Toten, sondern das sind dann Dämonen, die kommen und die erzählen uns dann natürlich Lügenmärchen. Deswegen muss man, wenn man die Dinge, die man erlebt, die muss man immer prüfen und einordnen nach dem, was die Bibel sagt. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Deswegen die Bibel lesen ist unbedingt notwendig, um nicht verführt zu werden. Zweitens, die biblische Prophetie sollen wir studieren. Drittens, nüchtern sein. Viertens, der Gehorsam, die Gebote halten. Und fünftens, Gottes Wort statt Gefühl als Grundlage unseres Glaubens, als Maßstab unseres Glaubens. Jetzt zu den einzelnen Dingen und die Bibeltexte dazu. Die Bibel lesen, Johannes 16, Vers 13. Den Text habe ich schon zweimal zitiert und den zitiere ich jetzt zum dritten Mal. Das lese ich ihn auch vor. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist, sagt Jesus, wird in alle Wahrheit leiten. Und wenn jetzt ein Geist kommt, wo man glaubt, es wäre der Heilige Geist und er führt nicht in alle Wahrheit, dann ist es nicht der Heilige Geist. Das ist ein anderer Geist. Natürlich kann es sein, dass der Heilige Geist auch einen Menschen erfüllt, der noch nicht die ganze Wahrheit hat. Aber er wird ihn dann zu der Wahrheit führen. Und wenn er die Wahrheit hört, dann wird er sie auch erkennen, weil der Heilige Geist in sie er zeigt. Deswegen, das Interessante ist aber, dass die Charismatiker, wenn man mit ihnen über die zehn Gebote spricht, über den Sabbat spricht, dass sie nicht sagen, ja wunderbar, jetzt haben wir eine neue Wahrheit, jetzt wollen wir das auch machen, sondern dass die große Mehrheit sagt, das ist gesetzlich, das wollen wir nicht und das ablehnt. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass wir die Bibel lesen sollen und dass die Bibel der Maßstab ist und dass der Heilige Geist zu den Wahrheiten der Bibel hinführt. Deswegen, daran sehen wir jetzt auch, wie wichtig es ist, die Bibel zu kennen und die richtige Theologie zu haben. Denn wenn ich eine falsche Theologie habe, dann werde ich ganz schnell verführt und bin ganz schnell woanders, wo ich gar nicht hin möchte. Zweitens, die biblische Prophetie studieren. Daniel 12, Vers 4. Nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Du aber, Daniel, bewahr diese Botschaft sorgfältig auf. Schreib all diese Worte in ein Buch und versiegle es, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Viele werden es erforschen und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Das ist ein starker Text. Der Engel sagt zum Daniel, er soll das Buch versiegeln. Versiegeln heißt, dass die Menschen das nicht verstehen sollten, weil die Botschaft vom Buch Daniel für die Endzeit geschrieben ist. Und in der Endzeit, sagt er, werden dann die Menschen es erforschen und dann werden sie durch das Studium des Buches Daniel Erkenntnisse bekommen. Und genau das ist passiert. Ungefähr vor 200 Jahren hat Gott den Menschen das Buch Daniel aufgeschlossen. Da hat er ihnen die Erkenntnis gegeben über das Buch Daniel. Und sie haben das gelesen und studiert und haben gemerkt, die Endzeit beginnt. 1798, 1844. Und die Erkenntnis hat immer mehr zugenommen. Und zwar, das hört aber auch nicht auf. Man kann nicht sagen, gut, jetzt haben wir die Erkenntnis und jetzt ist es fertig. Nein, die Erkenntnis über die Prophetie wird immer weitergehen, immer weitergehen. Und gerade die Prophetie ist etwas, die uns dann ja auch zeigt, wo Wahrheit ist. Wo Bestrebungen sind, die richtig sind oder auch Bestrebungen sind, die falsch sind. Wir haben eben den Text aus der Offenbarung gelesen, wo wir auch erkennen können, dass es eine falsche Ausgünstung des Heiligen Geistes gibt. Deswegen ist die biblische Prophetie unglaublich wichtig für uns zu lesen, zu erkennen und die Verheißung in Daniel 2, Vers 4, in Anspruch zu nehmen, wo Gott sagt, er möchte uns Erkenntnis geben. Die wird immer größer werden, bis Jesus wiederkommt. Und dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Drittens, wir sollen nüchtern sein. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingelt. Satan versucht, Menschen einzufangen. Deswegen sollen wir nüchtern sein. Nüchtern heißt, dass wir nicht auf unsere Gefühle hören und unseren Gefühlen hinterherlaufen, sondern dass wir uns nach Gottes Wort, mit dem gesunden Menschenverstand, nach dem, was Gottes Geist uns zeigt, nach dem orientieren. Wachsam sein. Wachsam sein heißt, dass wir aufpassen. Satan versucht, die Menschen zu verführen. Und am leichtesten kann man Menschen verführen, wodurch, womit? Über das Gefühl. Weil wenn die Menschen etwas Gutes fühlen, dann sagen sie ja, dann denken sie, das gute Gefühl muss jetzt auch etwas Gutes sein. Die Ursache muss gut sein, wenn ich gute Gefühle dabei habe. Aber es ist nicht so. Satan kann auch gute Gefühle machen. Sünde macht Spaß. Und die meisten Menschen, wenn sie sündigen, haben sie gute Gefühle. Bloß danach haben sie keine guten Gefühle mehr, wenn das zu Gewissen kommt und sie anklagt. Man sieht das zum Beispiel auch besonders bei der Musik. Musik hat einen unglaublich starken Verführungscharakter, weil Musik in erster Linie die Gefühle anspricht. Und mit einer gewissen Art von Musik kann man Menschen manipulieren. Ja, natürlich. Und eine bestimmte Art von Musik setzt auch unseren Frontallappen herunter. Das Zentrum unseres Denkens, unseres Wollens und unseres Unterscheidungsvermögens. Und gerade diese Offbeat-Musik, diese Rock-Pop-Musik und auch die charismatische Musik, die gehört hier genauso rein. Das ist auch eine Offbeat-Musik. Die Rock-Pop-Musik hat einen Viertel-Offbeat und die charismatische Musik hat einen Achtel-Offbeat. Das heißt, dass also der Schlag in Achtel versetzt ist. Und diese Art von Musik bewirkt, dass mein Frontallappen nicht mehr richtig funktioniert und dadurch kann ich nicht mehr richtig unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und dadurch, nur dadurch kann ich auch in Ekstase geraten. Deswegen, wenn die Charismatiker Lieder singen und immer mehr, immer stärker und immer heftiger und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie in Ekstase hineinkommen und wo dann auf einmal man diese Kräfte spürt. Wo sie also in Ekstase sind, wo sie nicht mehr sich selbst kontrollieren, sondern wo sie umfallen, wo sie dieses Kau der Welt haben. Das kommt daher, weil diese Art von Musik, diese Art von Lieder bewirkt, dass ihr Frontallappen herabfährt, sie sich nicht mehr richtig unterscheiden können, sich nicht mehr kontrollieren können und dadurch wird die Blockade, die man hat zur Ekstase, wird aufgehoben und sie gehen dann in die Ekstase hinein und geben sich dem einfach hin und dann können eben andere Kräfte hier wirksam werden und sie manipulieren und dort wirken. Deswegen denke ich auch, ist das ein Punkt, warum wir diese charismatischen Lieder nicht singen sollten. Auch wenn wir sie ein bisschen nüchterner singen und ein bisschen gelassener singen. Weil diese Lieder generell von ihrer Art und Weise durch diesen Offbeat bewirken, dass unser Frontallappen geschädigt wird und runtergesetzt wird und wir dadurch nicht mehr klar unterscheiden können zwischen Wahrheit und Irrtum. Petrus sagt, seid nüchtern. Seid nüchtern heißt, habt Kontrolle über euer Leben und lasst euch nicht über eure Gefühle irgendwo manipulieren oder irgendwo hinführen. Viertens, der Gehorsam, Halten der Gebote. Matthäus 7, 21 bis 23. Und ich glaube, dass dieser Bibeltext, den Jesus hier in der Bergpredigt nennt, dass der besonders dort drin steht für unsere heutige Zeit, für die charismatische Bewegung, für diese falsche Erweckungsbewegung. Jesus sagt folgendes, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Interessant. Das müssen wir ein bisschen analysieren jetzt, uns ein bisschen genauer anschauen. Also hier sind jetzt Menschen, die am Ende, wenn Jesus wiederkommt und wenn das Gericht gehalten wird, die glauben, sie sind dabei, aber sie sind nicht dabei. Warum sind sie nicht dabei? Weil, sie nicht Gottes Willen getan haben, weil sie das Gesetz übertreten haben. Wie argumentieren sie jetzt? Sie sagen, wir haben doch, wie Herr Jesus in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und Machttaten getan. Das heißt, es sind drei Dinge, alles übernatürliche Dinge. Und sie führen diese übernatürlichen geistlichen Gaben an als Beweis ihrer Gotteskindschaft. Aber sie sind kein Beweis. Die Frage, sind sie jetzt Gotteskinder gewesen und sind wieder abgefallen vom Glauben? Kann ja auch passieren. Nein. Was sagt Jesus zu ihnen? Ich habe euch noch nie gekannt. Das heißt, ihr wart noch nie meine Kinder. Das bedeutet jetzt im Rückschluss, sie haben im Namen Jesu Wunder getan, aber sie waren nicht Gotteskinder. Das heißt, Gott hat nicht die Wunder durch sie getan. Es war nicht Gotteskraft, wenn sie nicht Gotteskinder waren. Und wenn es nicht Gotteskraft war, welche Kraft war es dann? Wenn es übernatürliche Dinge waren, dann war das ganz, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist Gott oder es ist Satan. Und wenn es Gott nicht gewesen ist, dann heißt das, sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben geweissagt und sie haben Machttaten getan. Und es war Satans Kraft. Es ist möglich, dass Menschen im Namen Jesu Wunder tun. Und es ist nicht Jesu Kraft, sondern die dämonische Kraft. Deswegen nicht überall, wo Jesus bekannt wird, ist auch Jesu Kraft dabei. Woran kann man unterscheiden jetzt? Woran kann man erkennen, wenn Taten geschehen? Natürlich kann ja Gott auch Taten machen und Wunder tun. Woran kann man erkennen, ob es von Gott oder nicht von Gott ist? Nur in der Bibel. Übrigens, wir haben eine interessante Parallele. In Matthäus 25 hat Jesus ein Gleichnis erzählt, wo die Menschen sagen, wo er sagt, ihr habt mich besucht und ihr war liebevoll zu den anderen Menschen. Und zu den Gläubigen sagt er, zu den Geretteten, ihr habt mich besucht und zu den, die verloren geht, ihr habt das nicht getan. Aber hier ist der Unterschied, hier geht es um die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes zeigt uns, ob wir wirklich bekehrt sind. Ob wir Gottes Willen tun. Die Gaben des Geistes, kann Satan auch nachmachen. Die Gaben des Geistes sind kein Beweis, dass wir auf Gottes Seite sind. Entscheidend ist, Jesus sagt, wer Gottes Willen tut. Und sie haben die geistlichen Gaben gehabt, aber sie haben Gottes Gesetz übertreten. Denn er sagt, weicht von mir, ihr, die ihr das Gesetz übertretet. Und zwar nicht nur mal aus Versehen übertreten haben, sondern die bewusst sich dagegen entschieden haben. Die bewusst die zehn Gebote nicht halten wollten. Die bewusst den Sabbat abgelehnt haben. Und in dem Moment ist die Frage des Sabbats nicht nur eine Frage, kann ich oder kann ich nicht, sondern es ist eine Frage des Gehorsams. Dass ich Gottes Willen tue. Und wenn jemand bekehrt ist, wird er Gottes Willen tun wollen. Und wenn er Gottes Willen nicht tun will, ist es ein Zeichen dafür, dass er nicht bekehrt ist. Deswegen ist das eine wichtige Frage. Entscheidend ist nicht, wie viel Zeichen und Wunder wir tun können. Entscheidend ist, lebst du mit Gott? Hast du dein Leben Gott übergeben? Willst du Gottes Willen tun? Seine Gebote halten? Und auch den Sabbat dazu? Das ist das, was Jesus hier sagt. Das zählt. Das ist das entscheidende Merkmal. Deswegen bei den charismatischen Bewegungen haben wir eine andere Kraft, die in eine andere Richtung führt. Gott ruft uns auf, zu seinem Volk zu gehören. Dort, wo der Heilige Geist wirklich wirkt. Und fünftens, Gottes Wort statt Gefühl. 2. Timotheus 2, 25 und 26. Dort heißt es, vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von der sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Es geht hier darum, dass Gott zur Erkenntnis führt. Gott, wir sollen nüchtern sein und zur Erkenntnis kommen. Nüchtern sein heißt, dass wir nicht schwärmerisch sind, dass wir nicht die Gefühle hochpeitschen, sondern dass Gott uns durch den Verstand führt, dass er unseren Willen führt. Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Dass wir uns auf sein Wort verlassen, sein Wort vertrauen und nicht unseren Gefühlen. Die Gefühle können täuschen. Deswegen, ich möchte jetzt, wenn ich noch darüber gesprochen habe, am Ende nochmal sagen, wir wollen keine Bewegung und keine Kirche angreifen. Oder kritisieren. Es geht nur darum, zu unterscheiden und zu erkennen, was sagt die Bibel und was können wir erkennen in der heutigen Zeit. Was stimmt überein und was stimmt nicht überein. Und wir sollten dem folgen, was die Bibel sagt. Deswegen, Jesus lädt dich ein, seiner Wahrheit zu folgen, seinem Wort zu folgen, ihm zu folgen, dein Leben ihm zu übergeben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Dass er damals bei Pfingsten ausgegossen worden ist und dass er so viel bewirkt hat. Dass er heute noch da ist und dass wir ihn auch spüren können und sehen können, wie er wirkt. Aber wir bitten dich, bewahre uns davor, dass wir von dem falschen Geist verführt werden. Hilft, dass wir unterscheiden können, wo dein Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Hilft, dass wir dein Wort besser verstehen und besser erkennen können, dass wir durch dein Wort das unterscheiden können. Ich bitte dich für viele Christen, die auf dem falschen Weg sind, die verführt wurden durch einen falschen Geist, dass du ihnen die Augen öffnest. Es gibt so viele Menschen, die aufrichtig sind und die nach dir suchen. Ich bitte dich, dass du ihnen in ihrer Aufrichtigkeit die Wahrheit zeigst und dass sie dir von ganzem Herzen folgen und nicht irgendwelchen Gefühlen und irgendwelchen Bewegungen, die nicht nach dir sind. Herr, wir bitten dich, dass du einen echten Späträgen ausgießen möchtest, wie du es in Joel 3 verheißen hast und dass du wirkst und dass du in unserem Leben wirkst und dass wir vor allen Dingen dir gehorsam sind, dass wir dir folgen, dass wir dich lieben und dass Liebe zu dir auch deine Gebote halten. In Jesu Namen. Amen. Das war das Thema Nummer 24 über die charismatische Bewegung. Herzliche Einladung, Thema 25, Willow Creek.